Ja, guten Tag, da sind wir endlich bei Millennia, einem neuen Spiel von Paradox und C-Prompt, das jetzt ein bisschen so eine Civilization-Konkurrenz machen soll. Und wir werden hier mal reinsteigen in so einen kleinen Let's Play. Oder klein, kommt aber an, wie groß das Spiel dann sein wird im Endeffekt. Aber wir werden uns einfach mal anschauen, was bietet das Spiel so, was für Mechaniken können wir finden und so weiter und so fort. Wir als Normalsterblichen dürfen ja jetzt erst ran, werden natürlich die großen Influencer das schon lange, lange, lange Zeit haben. Aber wir schauen uns mal an, was das denn so bringt auf der hartstrategischen Ebene. Und da steigen wir einfach direkt bei Nutzer-Definit-Spiel rein. Wir werden natürlich nicht mit acht Spielern spielen, damit es nicht zu ausbordend oder überbordend ist. Wir werden einfach eine mittlere Karte spielen. Wir werden uns, nehmen wir einfach mit Pangea. Und ich werde mir mal kurz angucken, was wir hier denn für eine Bonusfähigkeit nehmen. Denn der Rest, falls ihr das nicht kennt, ist hier komplett egal. Auch Nationenbau ist jetzt nicht so spannend, da könnt ihr euren Namen halt selber erstellen. Im Endeffekt geht es aber immer nur um diese Startfähigkeit hier, die ihr dann, wie ihr seht, sehr viele zur Auswahl habt. Da müsst ihr euch aber selber informieren, was gefällt euch am besten, was ist erfahrungsgemäß auch das Beste. Ich würde jetzt einfach mal schauen für mich und dann schalte ich wieder rein. Auch ich mache einfach mal ganz entspannt die Pluskultur. Das heißt, wir nehmen ein bisschen mehr Kultur im Heimatland, pro Runde tatsächlich. Das ist ganz nett, da können wir früher halt die Fähigkeit benutzen. Wichtig noch ein bisschen zur Voraussetzung. Zur Voraussetzung, wir werden hier einfach, wie gesagt, ganz zurückgelehnt spielen. Wir werden ihn natürlich schon auf jeden Fall auf Meister stellen, würde ich sagen. Aber machen wir mal Meister, ist egal. Wenn wir dann sterben, ist es auch egal. Falls ihr uns wirklich überrennen solltet, dann haben wir Pech gehabt. Es geht ja erstmal darum, einfach das Spiel kennenzulernen. Ich werde ja auch ganz sicher nicht alles können. Ich werde auch versuchen, alles zu erklären, was so möglich ist. Wenn ich da natürlich mal Fehler mache und so, könnt ihr mich immer gerne korrigieren. Dafür seid ihr ja auch da. Ihr guckt das ja auch, damit ich irgendwas auch lernen kann vielleicht. Und einfach, damit ihr auch selber seht, was könnt ihr beim Spiel mitnehmen. Was sind vielleicht auch Dinge, die euch vielleicht vorher nicht aufgefallen sind. Das heißt, wir fangen einfach mal so an. Und wie gesagt, es geht darum, dass wir wirklich alles mal durchschauen. Und mal sehen, was das Spiel zu bieten hat. Ich werde es euch alles erklären, sodass, wenn jemand auch unentschlossen ist, wo er halt selber vielleicht noch Probleme im Spiel hat, dann einfach auch ein bisschen was mitnehmen kann. Hoffe ich zumindest. Und wenn ich, wie gesagt, Fehler mache, dann weist mich einfach drauf hin. Wir werden uns hier sowas nicht wirklich anlesen. Das lese ich mir während allein durch. Aber hier zum Beispiel kann ich euch sagen, es geht hier um ganz grundlegende Sachen. Das ist halt dieses typische Tutorial-Textfenster. Wenn ihr ein Tutorial braucht, guckt auf meinen Kanal. Kann ich auch unten verlinken. Ist ja kein Problem mit Playlist. Da werdet ihr alles finden, was ihr braucht, um den Start zu starten, hinzukriegen mit 20-Minuten-Tutorial. Plus halt, was noch im Kampf-Tutorial kommt. Da geht es natürlich ganz um den Anfang. Spätere Sachen mit späteren Zeitaltern werden erst später kommen. Ja. Das können wir verwerfen, das ist egal. Das brauchen wir soweit nicht. Dann finden wir uns wieder, wie immer, wie SIV üblich oder SIV-Art üblich. In einer Umgebung haben wir eine Startposition, die wir mal analysieren müssen. Am Anfang besitzen wir halt auch zwei Kriegsschaden. Wir haben noch keinen Speer. Haben wir jetzt auch nicht gewählt. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht einen Speer wählen sollte. Ich würde jetzt auch einfach mal einen Kundschafter bauen, damit wir uns besser hier in der Gegend umschauen können. Ansonsten bewegen wir uns natürlich auch wie immer hier in die Umgebung herum. Wir haben keinen Siedler, den wir halt selber wählen können. Also selber setzen können. Das geht tatsächlich nicht. Wir haben auch sehr viel Wüste drumherum, was natürlich ziemlich bescheiden ist. Weil Wüste bringt nur eine Produktion. Und Buschland nur eine Nahrung. Ihr könnt das ja immer hier nachschauen. Wenn ihr hier oben drauf klickt oder ich glaube auch hier auf die Stadt selber klickt, kommt ihr in den Stadtbildschirm. Seht da, ich sag mal, ich finde es sogar übersichtlicher als bei Civilization. Natürlich einfacher schon, aber man sieht sehr gut die ganze Einteilung. Da steht jetzt unser Arbeiter hier nur auf tiefer Wald. Ich würde tatsächlich sagen, ich gehe auf Grasland, weil ich will schneller wachsen. Wie ihr seht, am 8 Runden oder 4 Runden, ich finde 4 Runden immer besser. Deswegen werden wir den auf jeden Fall da behalten. Denn das bringt uns definitiv die Vorteile, schneller wachsen zu können. Wir hoffen, dass wir auch noch andere Dinge finden. Forschung, auch wer das noch nicht kennt. Wir haben immer drei, das seht ihr hier unten rechts, drei Forschungen fürs nächste Zeitalter. Dazu müssen wir anfangen. Das können natürlich auch mehr werden später. Diese drei Forschungen wählt ihr einfach aus, wie ihr lustig seid. Wichtig ist, ihr könnt die Forschung auch nachher noch weiterführen hier in dem Zeitalter. Ihr werdet nicht, wenn ihr aus dem Zeitalter Steins, wo wir gerade sind, rausgehen, nicht auf einmal eure Forschung ja nicht mehr nachholen können. Also ihr könnt da jederzeit machen. Das erste Zeitalter ist auch noch ganz eft. Das hat ja wahrscheinlich jeder, der bei der Demo das gesehen hat, auch mitgekriegt. Das ist jetzt nichts Besonderes tatsächlich. Wer es aber noch gar nicht kennt, es ist halt so typisch, wir haben ein neues Zeitalter. Man muss dafür ein bisschen was forschen, ein bisschen was vorantreiben. Und das war's. Das wird erst ab dem nächsten Zeitalter interessanter, weil dann gibt es drei verschiedene Zeitalter, die man kriegen kann. Wenn viel Krieg herrscht, kriegen wir ein anderes Zeitalter. Oder wenn wir viel erkunden, kriegen wir ein anderes Zeitalter. Oder wir kriegen halt das Standardzeitalter. Ja, was würde ich jetzt machen wollen? Ich glaube, ich würde tatsächlich, ich bin immer so der Forschungsmensch, deswegen würde ich hier auf Stammeselste gehen. Oder wir können uns natürlich auch mal umgucken, was hier die Ressourcen sind. Das kann ich auch neu empfehlen. Macht das immer. Für die Trauben brauchen wir natürlich die Plantage. Das heißt, wir würden dann hier auf Ackerbau gehen. Ihr seht das hier. Da kann man die Plantage bauen. Das kann man auch hier sehen, wenn ich jetzt gerade nicht zu bescheuert bin, das war zu einem, wo ist es denn, mit Plantage. Genau, ihr seht die Tooltips, nach wie vor hat sich nichts geändert. Deswegen ist das Tutorial auch so geblieben, wie es ist. Das ist noch immer wie in der Demo. Aber ihr seht unten ganz klein, mit Plantage eine Traube. Ich kann jetzt leider nicht drüber, doch kann ich wohl hier sehen, mit Plantage eine Traube. Dann haben wir zwei Vermögen dazu. Vorher ist es einfach nur zwei Nahrungen. Es wäre zwei Nahrungen, zwei Vermögen. Ist jetzt nicht überragend, um ehrlich zu sein. Am Anfang geht, erkennt ihr ja selber. Meist immer auf so etwas wie Produktion. Ist das jetzt da oder rechts oder links? Das sind die auch wieder sehr interessant. Ich glaube, das ist hier das Feld, das ich anklicken kann. Oder es ist mittendrin, statt nur dabei. Aber wir bräuchten halt eigentlich sowas wie Produktion. Ich glaube, das hier unten wäre ganz cool. Hier mit Jagd, ein Knochen, sind so auch zwei Vermögen. Ja, was wir weiter verarbeiten können. Trauben können dann natürlich zu Wein weiter verarbeitet werden. Von daher auch nicht schlecht, weil wir haben sie direkt hier. Vielleicht würde ich dann sagen, gehen wir erstmal darauf. Also ein Bauernhof generell kann natürlich auch nicht schaden. Genauso wie ein Nahrungsvorrat. Wenn übrigens mal ab und zu weit rackelt, das ist, weil mein Mikrofon etwas schwierig steht. Und ich das hier immer ein bisschen zurecht zorren muss. Das liegt daran, dass ich das extra außer Haus sogar aufnehme für euch. Da seht ihr mal, wie nett ich bin. Ja, Forschung interessiert uns nicht. Ihr wisst, haben wir gerade eben erklärt bekommen. Und ansonsten kennt ihr die ersten Runden von Civilization. Da kann man tatsächlich auch gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich werde jetzt wirklich alles mit aufnehmen. Außer ich merke wirklich, das ist komplett Unsinn. Dann werde ich euch nochmal rausschneiden. Auch hier Produktion, kennen wir Produktion. Da können wir halt Häuser produzieren oder Gebäude, Einheiten und so weiter. Das hier müsste eine neutrale Stadt sein tatsächlich. Die könnte man natürlich langfristig vielleicht einnehmen. Was eine ganz gute Geschichte wäre. Dann haben wir die Armeegrundlagen. Interessiert uns auch nicht. Armee kann ich nur sagen, ihr habt hier unten die Slots. Wir haben drei Armeen zur Verfügung, die wir hier reintun. Könnten. Und wir können hier Wache halten. Das heißt, die werden natürlich ignoriert. Kennt davon Civilization. Setzt die hin und dann bleiben die einfach da stehen. Das macht man am Anfang natürlich nie. Ihr müsst euch immer bewegen. Ihr müsst erkunden. Ganz, ganz, ganz essentiell. Um zu sehen, was bietet die Umgebung. Wo könnt ihr nachher auch eure ersten Fähigkeiten einsetzen. Zu denen ich komme übrigens, wenn wir soweit sind. Also hier zum Beispiel Stammestum. Das ist ja unsere Regierung. Seht ihr, da haben wir jetzt in der Runde Regierungspunkte genug, um uns eine Fähigkeit zu wählen. Wir könnten hier eine, wichtig, das ist eine Domänenkraft. Ihr kriegt nicht einfach eine Kriegsschehe, sondern ihr müsst diese Domänenkraft dann auch nochmal auslösen. Also wieder Regierungspunkte ausgeben, um eben diese Kriegsschehe dann bereitzustellen in eurem Heimatprovinz. Das wäre die Idee. Sonst hätten wir halt die Nahrung oder das Wissen. Ich würde tatsächlich auf Wissen sparen oder direkt auf den Siedler. Das sind die beiden Optionen, die man hat. Siedler kostet hier 30, er ist Domänenkraft. Wichtig, ihr kriegt dann nur Basallen, keine vollwertige Stadt. Oder halt zwar ein Wissen für 20. Auch ganz cool sind 10 Innovationen. Auch sehr gut, wenn man das relativ schnell machen kann. Und wir haben auch die erste Möglichkeit, unsere Kulturkraft zu nutzen. Da würden wir uns eine Stadt gründen. Und zwar würden wir die hier hinsetzen, glaube ich. Damit wir uns danach halt die Ressourcen einverleiben können. Da müssten wir einmal nicht rechtsklicken, sondern linksklicken, dass wir intelligenter. Das andere sind Buffs, also sind Buffs zum einfach aufpushen der ganzen Geschichte, brauchen wir jetzt gerade nicht. So, jetzt haben wir einen neuen Vorschlag gerüttet. Die hat erstmal nicht so viel zu tun, ihr seht es. Nicht viel. Aber es gibt bestimmte Bedingungen, wodurch das halt besser wird hier, wenn wir die Spezialisierung freigestellt haben. Was aber erst später kommt. Ja, jetzt brabelt uns das Spiel mit den Ressourcen vor, während mich das Mikrofon hier zu Weißglück treibt. Das brauchen wir natürlich auch nicht, wie ich eben erklärt habe. Die Ressourcen geben halt erstmal, was wir in der Plattage drauf haben. Wenn wir dann die Trauben weiterverarbeiten, werden die natürlich nochmal besser. Wir haben ja unsere ersten Gegner, das sind aber nur Barbaren. Das soll uns relativ egal sein. Wir bauen natürlich jetzt deutlich langsamer, wie ihr merkt. Dafür wachsen wir natürlich hier auch deutlich schneller und haben jetzt halt den Vorurteil, dass wir schon diese Bevölkerung auf diesem Platz da festsetzen können. Oh, da oben ist endlich mal ein Hut. Kennt ihr vielleicht von Civilization. Goodie Hut ist der Standard. Hier nicht täuschen lassen, das ist natürlich trotzdem bewacht. Wir sehen leider nicht wirklich, was da drin ist. Also ich kann auch vielleicht mal drauf fliegen. Nope. Den sieht man nicht wirklich. Haben wir aber Palisadenzäunen. Man kann davon ausgehen, dass da auf jeden Fall eine Einheit drin ist. Wenn nicht noch mehr. Da haben wir aber nochmal eine Goodie Hut, wie man so schön sagt. Jetzt sind wir schon angegriffen. Naturwunder haben wir auch anscheinend irgendwo gefunden. Oder sehe ich das falsch? Naturwunder ist so, dass wir das mit den Kundschaftern... Ah ne, jetzt wollen wir wahrscheinlich einen Kundschafter gebaut haben. Mit den Kundschaftern... Okay, jetzt holt mir das Mikrofon ganz ab. Das ist natürlich nicht so gut. So, Mikrofon steht wieder. Scheuer. Ja, egal. Auf jeden Fall, Naturwunder geht mal hin und dann... Oh, da unten ist ja was. Da kann man dann mit seinen Kundschaftern halt den Landmark entdecken. Haben wir jetzt noch nicht gefunden. Gibt aber auf jeden Fall Erfahrungspunkte in den Erkundungsdomänen, in der Erkundungsdomäne, was ziemlich gut ist. Und hier können wir jetzt so ein... Aus den Ketten der Goodie Hards kriegen wir halt irgendwelche positive Effekte. Ihr habt ein kleines Lager von Nomaden gefunden. Sie erklären, dass ihre Anführerin sehr weise ist. Anführerin sehr weises, bereit ist, ihr was Wissen zu teilen. Wir nehmen auf jeden Fall Regierung. Jetzt könnten wir tatsächlich schon, wenn wir wollten... Und sie wissen, für Ernie und ich müssen wir noch sechs haben. Wir müssen eine vorherige Fähigkeit fest freigeschaltet haben. Ich glaube, ich würde aber dann einfach auf den Siedler gehen, wenn wir schon mal 20 oder 10 dazubekommen haben und 20 jetzt schon haben. Kann das doch gar nicht schaden. Guck mal, was das noch bietet. Kundungs- oder Berittner-Bundschaft. Ich würde nur eine Kundschafter nehmen. In der Hoffnung, hier vielleicht noch irgendwie Landmarks zu finden. Ihr braucht nämlich Landmarks, also Naturwunde. Braucht ihr nämlich dafür, damit ihr das andere Zeitalter bekriegen könnt. Von daher, das ist ganz wichtig. Was ich jetzt hier bauen würde, ich glaube, ich würde erstmal die Regierungs-XP erhöhen, damit wir mehr halt von diesen Fähigkeiten freischalten können. Das ist durchaus vorteilhaft. Kann man, glaube ich, auch durchaus als erstes machen. Oh, jetzt ist mein Krieger gestorben. Scha, stammest du? Wissen wir. Das war jetzt nicht so intelligent von mir. Aber gut, Goodie hat, ganz ehrlich, ist natürlich wichtiger. Auch wenn ich das natürlich ziemlich ärgern. Jetzt ist hier noch ein Barbar. Wir haben anscheinend schon sehr, 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 sehr viele Barbarien in der Nähe. Das heißt, wir sollten hier uns auch zurückziehen. Das Problem ist, wir können nicht durch diesen dicken Wald hier gehen. Den kann man nur mit Forschung, können wir jetzt gleich sehen, Ackerbau haben wir ja freigeschaltet. Können wir nur mit der Forschung Auskundschaften betreten. Da seht ihr es oben. Dschungel- und Tiefwaldterrains zu bewegen und Städte darauf zu bauen. Das heißt, wir müssten das freischalten. Ich würde jetzt erstmal Stammesälteste nehmen. Weil, warum nicht? Ganz ehrlich. Wir haben jetzt die Fähigkeit hier freigeschaltet. Auch unsere, hier unten links, dieses Menü, sind noch nicht vergrößert worden, Verbesserungspunkte zu benutzen. Das heißt, wir könnten jetzt hier zum Beispiel auf eine Plantage gehen. Die kostet 15 Verbesserungspunkte. Sollten wir auch am besten einnehmen. Und alle Hütten, die ihr kriegen könnt, auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Euer Speer kämpft nicht. Der wird einfach vertrieben. Jetzt seht man hier unten, auch das haben die gerade mal gezeigt. Bedürfnisse sind halt immer, wie viel Nahrung die gerade brauchen. Oder wie das Bedürfnis erfüllt ist. Die haben momentan einfach nur ein Bedürfnis von vier Nahrung. Unter vier werden sie sauer. Und wir haben halt fünf, deswegen 125 Prozent. Ist auch wieder ein bisschen schwierig dargestellt. Aber schreibt mir nicht einfach fünf von vier hier. Sorry, kann ich euch nicht sagen. Es ist halt schade, dass sich das etwas unterrepräsentiert. Aber das soll jetzt auch nicht unbedingt das Thema dieses Durchgangs hier sein. Sondern hier genießen wir einfach mal, dass wir eigentlich nochmal ein Sif-Like haben. Wo man ein bisschen was Neues erfahren kann. Ja, wir nehmen auf jeden Fall eine Kriegerschar mit. Die brauche ich. Denn ich glaube, hier langsam wird es ein bisschen ungemütlich, wenn ich hier die ganzen Bewahren drumherum sehe. Und daher passt das schon. So, jetzt kommt hier unten Kampf. Da werden wir uns auch mal wehren. Nicht so dumm sein wie eben. Dass wir das einfach so stehen lassen. Kampfkender sieht natürlich grausam auf. Wichtig ist, guckt euch morgen das Tutorial an, was ich rauslasse. Ich habe drei Runden und so weiter. Das werde ich euch alles da morgen erklären. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt in diesem Video drauf eingehen. Da könnt ihr euch morgen einfach das Video gönnen. Und mich da auch ein bisschen unterstützen, wenn ihr das nochmal anschaut. Ich glaube, das ergibt schon am meisten Sinn. Da haben wir uns jetzt ordentlich Schaden bekommen. Was ziemlich ätzend ist. Noch immer kein Landmarker, sondern das hatte ich aber schon auch in der Demo. Große Probleme damit, Landmarks zu finden. Also wirklich, wirklich nicht wenig Probleme. Dafür können wir die nächste Kulturkraft nehmen. Wir könnten jetzt Armee aufstellen. Wir können eine Kriegsschar. Stell dir nur noch eine Stadt oder lokale Reformer. Das ist ganz cool. Dadurch kriegen wir alle generierten Ressourcen mehr. Ich weiß nicht, ob es die Stadtgründen noch lohnt. Ich meine, wir könnten uns die Oliven schnappen. Da bin ich jetzt absolut unsicher. Also wenn ihr da wisst, was ist jetzt für diese Regierungs- oder für die Kulturkraft am besten. Vielleicht sogar eine Armee aufstellen. Einfach Kriegsschad zwei Stück. Aber ich glaube, ich gehe jetzt hier tatsächlich noch auf die Oliven. Ah ne, wir können gar keine weitere Stadt mehr. Okay. Das stimmt, wir haben noch keinen Regierungslevel hier. Hoch genug, um das zu machen. Na gut, dann nehmen wir eine Armee. Haben wir genug Geld dafür. Na, gerade so. Damit sollten wir vielleicht mal schon mal die ersten Barbaren-Camps aufräumen können. Was ja auch gar nicht so verkehrt ist, ne? Ja, genau. Und jetzt sagt er halt auch noch, die kommen jetzt auch gleich mit den Kriegsherren. Total ätzend. Also das nervt wirklich extrem. Diese Kriegsherren können einen ziemlich auf die Mütze geben. So, dann haben wir Stein. Zwei Runden. Dann müssten wir es hier gebacken kriegen. Ja, noch eine Runde sogar. Dann haben wir es geschafft. Dann können wir da einen ersten Siedler spawnen. Dann, wie gesagt, dauert es erstmal ein bisschen, bis unser Basal auch wirklich zu uns gehört. So, jetzt gehe ich mit dem nicht weiter und ich gehe jetzt mit dem zurück. Ich versuche hier uns zu konsolidieren, auch wenn wir momentan nur drei Armeen in der Armee haben können. So, Domain. Ja, auch das wissen wir. Erkläre ich euch auch nochmal. Wir haben momentan nur Regierung und Kriegsführung. Ja, das ist eigentlich erstmal alles, bis sie neu hinkommen, sind wir ganz ehrlich. Ich gehe jetzt mit denen hier zum Lager. Ich hoffe, dass wir damit ein bisschen den Druck abnehmen können. Hier ist übrigens noch eine neutrale Stadt. Und du bewegst dich hier zurück, damit wir dich ein bisschen heilen können. So, und jetzt können wir einen Siedler erstellen. Das werden wir auch direkt machen. und werden überlegen, wo setzen wir unsere Nextstadt und unseren ersten Basalen, kann man ja sagen. Ich denke, hier oben haben wir noch nicht sehr viel erkunden. Würden wir einfach tatsächlich nach hier unten gehen und uns schauen, dass wir die Schafe mitnehmen. Das Stein ist, glaube ich, ganz interessant. Aber ich hätte natürlich schon noch gern mehr gesehen. Wir müssen auch hier noch diese Hütte aufnehmen. Aber ich denke mal, hier unten ist erstmal eine sichere Nummer. Einfach hier mitten rein. Das ist nicht so gefährlich. Dann können wir auch allein losschicken, ohne Probleme. Wir müssen uns mal gucken, wo der Barbar ist. Ja, super. Aber er sieht uns natürlich. Ah, wie nervig. Stell uns einfach mal hier hin. Vielleicht geht er nicht auf uns zu. Kampfgrundlagen. Wie gesagt, guckt morgen das Tutorial. Da brauchen wir auch nicht drauf einzugehen. Könnt ihr aber, wenn ihr dann nicht noch Fragen habt, an den zweiten, dritten Folge und so weiter, gerne fragen. Momentan ist dabei jetzt nicht viel zu sagen. Außer das, was morgen, glaube ich, da im Tutorial drin ist. Ja, das schaffen wir nicht. Ich hätte ihn jetzt auch nicht hier hinsetzen sollen. Das war ein ziemlich dummer Fehler. Aber wir müssen halt irgendeine Furcht kriegen. Aber diese Wälder sind halt extrem ätzend. Da kriegen wir momentan gar nichts mit hin. Außerhalb des Gebiets heilen wir, glaube ich, nur ein bisschen. Aber ich kann ja mal gucken, ob sich das lohnt, den da hinzustellen. Einfach mal für unseren Erfahrungswert auch. Dann gehen wir jetzt auf Erkundschaften, weil wir müssen halt diese blöden Wälder durchschreiten. Dann kriege ich irgendwann die Kretze. Da habe ich nicht Bock drauf. Nach zwei Runden, dann haben wir unser Stadtzentrum durch. Danach würde ich ein Rad bauen, der natürlich lächerlich lang dauert. Zwei Runden kriegen wir aber nochmal eine neue Bevölkerung. Gar nicht schlecht ist. Ah ja, der Siedler hat natürlich auch eine Bevölkerung gekostet. Deswegen dauert das natürlich ein bisschen länger. Ja, dieser Blöds-Barbar. Okay. So. Wir werden hier auf jeden Fall das Lager angreifen. Der wurde schon angeriffen? Oder warum gerade das Rad? Nee, das ist schon. Wir kämen doch noch hin. Schade. Okay. Der Speer wird wahrscheinlich nicht lange mehr überleben, aber das soll uns jetzt auch nicht weiter stören. Die Frage ist, ob der Barbar jetzt wirklich zu uns kommt. Wir setzen einfach hier die Stadt hin. Dann haben wir schon mal Stein mit drin. Warum nicht? Und... Ach ja, wir haben einen anderen Speer hier auch noch. Der könnte ja dann vielleicht versuchen, da drum zu schlenkern. Einmal rum herum zu gehen, um diesen blöden Barbaren. Okay, der hat sich selber umgebracht. Das ist sehr gut. Expansion haben wir auch drin. Auch nicht drüber zu reden. Dann, der Barbar hat sich friedlich, relativ friedlich gegeben. Hier, da ist noch ein Barbarencamp. Er kann hier nicht zwei gehen. Also ich glaube, wir können damit auskommen, wenn der Kundschafter dann 100% stirbt. Und wir haben eine neue Nation gefunden, wie er da vielleicht gesehen hat. Wissen oder Kultur? Das Dorf wurde um einen großen Steinmonoliten herum gebaut. Seine Schnitzereien und Gravuren erzählen komplexe Geschichten in einer unbekannten Sprache. Er ist für die Dorfbewohner sehr bedeutsam. Ich würde immer Wissen gehen. Ich habe ja gesagt, wir spielen Wissen, also machen wir es auch. Ich mag immer gerne auf Wissen gehen. Das hat immer was. Vielleicht können wir da auch einen Vorteil erringen. Und hier ist unser erster Kontakt. Da haben wir jetzt gar keine Nachricht für bekommen oder sowas. Dieses Menü ist halt auch leider nicht so schön. Ach, ist das schade. Können wir mal die offenen Grenzen anbieten, weil ein bisschen freundlich stellen. Warum nicht, ne? Kann ja nicht schaden. Dann bauen wir hier ein Draht. Wir haben jetzt zwei Einheiten endlich wieder. Wir brauchen elf Runden für die nächste. Willst du mich veräppeln, ey? Ja, sieben Runden, aber dafür müssen wir natürlich wieder unendlich bauen, ne? Ne, ich komm, wir machen das so. Ja, noch ein Wald wäre nicht schlecht, ne, tatsächlich. Da könnten wir das schneller bauen. Ja gut, aber ist erstmal nichts dran zu tun. Ja, er greift tatsächlich die Stadt an. Und ja, er lehnt es ab. Und ja, wir haben eine Verbesserung, hat uns gerade nochmal gesagt. Da brauchen wir auch noch eine. Das dauert noch ein bisschen, Mann. Und hier sehen wir nochmal den Kampf. Das können wir ganz kurz gucken. Also wir haben Milizen direkt hier drin, was ich ganz cool finde. Das heißt, die können uns eigentlich jetzt nichts wirklich mehr anhaben. Die werden jetzt einfach umgehauen werden, die bewahren. Das ist schon ganz in Ordnung. Deswegen können wir jetzt schön das nächste Gelände nehmen. Krieg oder Erkundung? Ich denke, wir nehmen mal Erkundung. Dann haben wir auch die neue Sphäre oder Domäne. Ihr seht, können wir jetzt auch Kunststoff erstellen mit 20. Oder wir können hier Freiwillige bei den Soldaten auch immer haben. Kulturfähigkeit haben wir auch gleich wieder. Dann können wir nicht zum Beispiel Heureka nehmen. Dann kriegen wir nicht fünf Wissen, was ziemlich gut ist. Das Wissen wird immer geringer, je häufiger man das anwendet. Aber es ist natürlich für den Anfang gar nicht so verkehrt. Und dann würden wir jetzt mal versuchen, den Quervarencamp einfach mal anzugreifen. Können wir uns mal anschauen. Einmal gucken wir uns mal an. Wir müssen leider immer die Palisade angreifen. Ihr seht, dann wird die Animation gekippt, weil ich hier auf die Welle mache. Die Palisade ist halt nur angeschlagen. Die müsste aber nächste Runde auch immer kaputt sein, sodass wir damit nachher weiterarbeiten können. Und das hoffentlich dann kaputt machen können. Dann haben wir noch einen Speer bekommen. Ach ja, weil wir Erkundung freigeschaltet haben. Dann gehen wir natürlich auf jeden Fall hier hin. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben noch zwei Runden, da muss ich dran denken. Ne, eine Runde. Dann können wir hier unsere Plantage endlich bauen. Das wäre ja schon mal eine ganz schöne Sache. Und wir haben hier noch eine Technologie. Das ist auch schon mal sehr wichtig. Können wir nämlich jetzt schon ein Zeitalter der Bronze beischalten, wenn wir das wollen. Wir können auch sagen, wir bauen erstmal hier das. Da kriegen wir nämlich, oder wir forschen erstmal das. Da kriegen wir nämlich einen Bogenschützen umsonst. Oder halt Arbeiter. Da kriegen wir nämlich auch Verbesserungspunkte einfach mal dazu. Was auch nicht schlecht ist. Das erste Zeitalter ist jetzt nicht so wichtig. Ich dachte, das ist jetzt unbedingt nötig. Ich würde auf Arbeiter gehen, weil wir haben momentan militärisch eigentlich ganz okay. Wir sind ganz okay aufgestellt. Was wir da auf jeden Fall genug am Vorteil haben. Oh, hier ist ja auch richtig saftig. Aber ganz viel Raum sind hier. Oh ja, das ist generell ein sehr schöner Punkt. Wir würden jetzt hier einmal die Nahrung freischalten. Damit wir einfach schon mal ein bisschen was an Busch da bekommen. Und dann hoffentlich gleich auf die Forscher gehen können. So, jetzt gucken wir mal. Ist die Palisade noch zerstört? Ja, ihr seht's. Und dann müssen wir einfach nur auf Vorspulen gehen. Und dann haben wir das beim Bahncamp auch durch. Können hier wieder Kriegs- oder Erkundungsep nehmen. Ich würde Kriegserfahrung nehmen. Damit wir gleich mal freiwillig gespawnen können, falls wir es denn brauchen. Du kannst jetzt erstmal dich hier nochmal heilen. Die Heilung war ganz okay. Jetzt nicht überragend, aber war in Ordnung. Okay, hier ist auch nichts. Keinerlei Landmark. Was natürlich extrem bitter ist. Ich meine, hier unten wird auch direkt schon in Brasilien sein. Von daher sollte man da jetzt auch nicht so viel Hoffnung haben, irgendwas zu finden. Ja, andere Diplomatie. Das ist natürlich wie immer. Ihr kennt das von Schottisch-Spielen, wenn man eine Sachen gesehen hat. Das ist natürlich sehr wenig. Wir haben ja einfach wirklich nur offene Grenzen. Und dann halt Aggressionen oder nicht Aggressionen. Das ist ziemlich langweilig. Jetzt habe ich natürlich vergessen, die Plantage zu bauen. Ja, wir gehen ja weiter auf Wissen. Also machen wir auch weiterhin den Zug aus Wissens. Und wir bauen natürlich hier einmal eine Plantage. Damit kriegen wir jetzt hier die Trauben. Das kann man hier rechts sehen. Die Trauben sind jetzt da drin. Die geben zwei Vermögen. Also sie sind nicht auf dem Feld selber. Kriegen immer nur zwei Nahrung. Aber ja, mit zwei Vermögen durch die Trauben. Vielleicht können wir oben sehen, dass unser Geld schneller wächst. Was eine ganz coole Geschichte ist. So. Jetzt können wir uns hier nochmal weiter umschauen. Scheint aber relativ endet zu sein. Du kannst dich weiter aufheilen. Ich hätte hier auch trennen sollen. Auch heilen lassen sollen. Das wäre, glaube ich, geschickter gewesen. Aber gut, das sind Strategien für zukünftige Hunden. Ja, sonst werden wir uns wahrscheinlich hier gleich den Brasilianer anschauen können. Hier der Bahncamp soll uns eigentlich egal sein. Wir sehen ganz viel unabhängige Städte. Also schon extrem viel, finde ich. Werden Heureka benutzen. Damit haben wir noch mehr Forschung. Wie gesagt, je häufiger er das benutzt, desto weniger Forschung bekommt er dafür. Aber im ersten Mal bringt es halt noch recht viel. Dann können wir tatsächlich die Verteidigung in drei Runden schaffen. Und dann können wir ins Zeit-Nächste-Zeitalter übergehen. Das ist übrigens gleich schon, ihr seht es hier oben. Kann man mal erkennen. Russland hat, nee, Deutschland ist da. Deutschland, Entschuldigung. Hat hier in zwei Runden das nächste Zeit-Nächste-Zeitalter freigeschaltet. Soll uns nicht weiter kümmern, soll er ruhig machen. Zweiten Zeit-Nächste-Zeitalter wäre mir das wichtiger. Dann haben wir gerade eine Veteranennachricht bekommen. Das heißt einfach, wenn wir hier unsere Einheit haben, haben wir jetzt sehr viel gekämpft. Dann kann man die auch einfach aufwerten, beziehungsweise sind dann aufgewertet und werden dann stärker. Natürlich kennt das Prinzip. Der Standard, den man halt schon von den Spielen kennt wie Civilization. Da ist jetzt nichts übermäßig Besonderes. Neu gruppieren, was heißt das? Das würde ich mal gerne mit euch lesen. Also Territuriumsbesitzer ist neutral. Zurück zur nächstgelegenen Hauptstadt kommen. Müssen wir fünf Erkundungspunkte geben. Interessant. Diese Fächer würde ich nicht nutzen, die finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so relevant, als dass wir die unbedingt bräuchten. Dann ist hier anscheinend auch Ende. Also erstmal für unsere Interessen zumindest. Dann kommt hier ein Barbar. Das ist natürlich immer gemein, weil ich glaube, der gibt uns dann so ein bisschen Effizienz weniger. Das heißt, wir kriegen weniger Ressourcen vor uns. Wir müssen hier unten auf jeden Fall dieses Barbaren-Camp noch wegmachen. Ich kann sich einmal zurückziehen und heilen. Du kannst einfach mal weitergehen. Ihr seht, die spawnen schon ordentlich, die Barbaren. Also das ist schon nicht ohne. Der müsste aber einfach sterben, tatsächlich. Ich glaube, unser Speer ist gerade auch gestorben. Nicht nur der gegnerische Barbar. Ja, und wie gesagt, Deutschland hat jetzt Zeitlitter der Bronze erreicht. Oh, da hätte ich vielleicht noch freischalten sollen. Also wir können jetzt erst anführen, glaube ich, freischalten. Und so weiter und so fort. Ist gar nicht so spannend. Zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir dann das nächste Zeitlitter haben. Denn dann wird es was spannender. Wir haben ein Schwein gehabt, ist noch nicht gestorben. Kann schnell abhauen. Oh Gott, das will ne. Wieder alles versorgt mit Barbaren. Der klassische Civilization-Move. Ihr seht hier hinten nochmal. Woher kommst du überhaupt? Das würde ich echt mal gerne wissen. Woher du überhaupt kommst. Das würde mich wirklich mal faszinieren. Was ist das denn, ey? Kommt einfach aus irgendeinem Hinterloch. Rausgespawnt. Ich werde verrückt. Osaka, da seht ihr hier. Integration. Habe ich das noch gar nicht gezeigt. 6 von 15 Runden. Das dauert halt einfach lange. Ihr könnt das auch beschleunigen durch gewisse Faktoren. Gewisse Fähigkeiten, die wir jetzt noch nicht freigeschaltet haben. Könnt ihr das jetzt irgendwie beschwören. Ähm, beschwören, aber... Ah, oder beschleunigen, Entschuldigung. Ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass wir jetzt sagen, oh, da müssen wir uns jetzt riesig drum kümmern. Wichtig ist nur, dass wir hier auf jeden Fall noch eine Stadt hinbauen. Das wäre mir noch sehr wichtig. Ja, und da müssen wir halt die ganzen 1000 Barbaren-Camps hier löschen. Das ist echt extrem nervig. Aber auch da führt kein Weg dran vorbei. Ja, Unruhe müssen wir auch darauf achten. Ihr seht, wir haben ein Unruhe jetzt hier unten. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir eben dieses Problem hatten mit den Barbaren. Das mögen die nicht gern, wenn ihre ganzen Hab und Güter geplündert werden. Von daher. So, wie gesagt, das ist jetzt unsere Priorität. Und wir haben hier oben noch ein Camp. Oh Gott, überall noch Camps, ey. Das ist ja so ätzend. Oh Gott, das werden wir nur bewahren. Ich glaube, die neutralen Städte, oder bin mir relativ sicher, dass die neutralen Städte natürlich auch noch Einheiten spawnen. Du wirst erstmal hier, obwohl du kannst dich hier mit dem vereinen. Dann haben wir nämlich schon mal eine Einheit mehr. Dann könnten wir eigentlich mal hier die Freiwilligen machen. Dann haben wir einmal eine Kriegsschar. Und dann noch eine Armee, die könnte nämlich dann schon mal nach unten gehen. Ja, die geht dann schon mal nach unten und mischt da schon mal auf, damit wir da auch vorn kommen. Du heilst dich jetzt hier einfach. Und ja, mit dir, keine Ahnung, es bringt eigentlich nichts mehr, hier lang zu gehen. Die KI hat eigentlich immer alles dann entdeckt. Das bringt dann gar nicht mehr so viel. Jetzt müssen wir auf jeden Fall forschen. Kostet aber jetzt auch nicht mehr so viel. Das ist ganz nett, weil die andere KI halt schon durchgegangen ist. Das ist einfach dann, damit man einen gewissen, ich sag mal, Nachteilsausgleich, wenn man so sagen will, ab und da als hinterher kommen kann. Ja, okay, du haust ab. Mein Gott, hier hängt ja echt... Oh, oh, das hätte ich nicht gedacht. Hier ist sogar KI, ich glaube sogar Deutschland. Er hat noch nicht alles erobert. Das ist ganz gut. Dann hoffen wir, dass wir das noch bekommen. Jeder kleine Boost ist natürlich immer eine super Sache. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Gerade wenn die KI einen hier auf den Nerven gehen will. Haben wir jetzt auch Weibmeister gestellt? Ich hab's echt schon wieder vergessen. Den muss ich ganz ehrlich sagen. War nicht so schlimm. Oh, Bogenschütze. Ja, auf jeden Fall müssen wir mitnehmen. Auch wenn wir den erstmal lebend irgendwie wegkriegen müssen. Weil der ist jetzt nicht gerade in der sichersten Position. Mit diesen 100.000 Barbaren, die da rumhocken. Wir lassen die jetzt einfach mal hier... Ach, nee, komm, wir müssen hier hochgehen. Wir müssen jetzt hier in die Richtung gehen. Das heißt, wir lassen die hier hinten heilen. Und werden hier erstmal gucken, dass wir die Barbaren umhauen. Also das ist halt das natürlich, was schon so ein bisschen Kritikpunkt von vielen ist. Das ist halt ja ein sehr slowes Anfangsspiel. Aber ich finde da, muss ich sagen, Humankind noch schlimmer. Weil man da halt mit dieser komischen Sammelgeschichte anfängt. Das hier ist natürlich ganz klassisch so, wie man halt bei Civilization auch spielt. Das ist klar, dass man da ganz gemütlich durchgeht. Also da kann ich euch auch nur jetzt schon einen Tipp geben. Ihr merkt selber, wie ich es nicht gebacken gekriegt habe. Wir haben ja jetzt hier Felder, die wir bearbeiten. Und wir hätten natürlich unbedingt gucken müssen, dass wir hier die Felder verbessern. Das habe ich jetzt schon wieder komplett vergessen. Weil man natürlich nicht darauf hingewiesen wird. Also am besten ist zum Beispiel hier den Förster zu bauen. Weil, warum? Dann haben wir nämlich erstmal einfach mal Holz. Zwei Produktionen. Also niemals vergessen, das zu bauen. Ich meine, das ging jetzt noch. Wir haben es noch okay gemacht. Aber wir haben zwei Produktionen. Das heißt, unser Haus wird viel schneller gebaut. Wir hatten vorher eine Produktion extra. Wir hatten also grundlegend, glaube ich, drei oder so. Zwei. Und hatten dann jetzt nochmal zwei extra. Und eigentlich auch noch hier ein. Nein, das ist tatsächlich die, an sich die andere Produktion ist aber weggegangen. Das ist natürlich sehr schade. Auch die Nahrung. Hm, tatsächlich. Auch die Nahrung ist weggegangen. Das ist natürlich interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bin ich ein bisschen nervig. Aber gut. Dafür haben wir ja die Plantage gebaut. Wie sollte das auf... Ach, Gottes Willen. Ach, was habe ich jetzt gemacht? Schicke ich beim Bogenschützen auf einmal irgendwo hin. Ich bin auch ein ganz, ganz schlauer Mensch. Ich weiß jetzt aber noch nicht genau, wie stark jetzt diese Städte sind. Ich habe das natürlich schon mal bekämpft. Aber bin jetzt ehrlich gesagt verwirrt, ob man die jetzt einfach mit so einer kleinen Schar umhauen sollte. Oder ob man da noch ein bisschen was vorbereitet ist. Aber ich glaube, die sollten auch relativ gut fallen mit kleineren Einheiten. Weil ich es ein bisschen komisch finde, die dann einfach so umzuklatschen. Weil das halt... Das wären ja so viele Städte, die ich dann neben mir habe. Oder dazu bekomme. Oder bekommen kann, muss ich sagen. So muss man es formulieren. Werd ich schon ätzend. Ja, nee, danke. Brauchen wir nicht. Ja, du müsstest dich jetzt leider irgendwo... Ich weiß nicht, wie du überhaupt verschwinden könntest. Es ist halt wirklich komplett überrannt, ne? Okay, und hier ist schon ein erster Barbarenherr. Natürlich ganz toll, so ein Barbarenkriegsherr. Da kannst du natürlich richtig viel gegen machen erstmal. Der hängt jetzt da und wird einen uns konstant natürlich nerven. Hier übrigens auch. Da haben wir auch noch einen. Der ist nicht gerade ohne. Ich weiß auch gar nicht, ob man den überhaupt nichts angreifen sollte. Ich glaube eher nicht. Der wird uns ja eh selber angreifen. Von daher setzen wir uns einfach hier hin und warten. Warten ab, was passiert. Das ist aber echt... Ich habe da nicht rasende Barbaren eingestellt, oder? Also... Halleluja. Wir haben unseren Rad fertig, was gar nicht schlecht ist. Damit können wir auch noch mal ein bisschen was... Ähm... ...mehr Forschung produzieren. Wir würden, glaube ich, sogar Nahrung... Ich finde, drei Nahrung- und Regionslevel ist gar nicht schlecht. Ihr seht vor allen Dingen, wir brauchen auch Nahrung. Die Nahrung ist ziemlich knapp bemessen hier. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Barbar uns jetzt angegriffen hat. Das kann natürlich durchaus sein. Und weil wir halt das Früchsterlager gebaut haben. Der Brasilianer haut ja auch schon mal ein Barbar-Lager. Und das ist ja richtig so. Unser armen Bunkenschutz wird ordentlich leben. Das hätte ich anders machen sollen. Wir sind jetzt auch im Zeitalter der Bronze. Ihr seht, neue verfügbare Domäne, Diplomatie und Ingenieurskunst. Das werden wir jetzt gleich sehen. Nationalgeist, genau, darum geht es nämlich. Das kriegen wir und wir können handeln. Nationalgeister haben wir auch schon mal. Kann ich auch nochmal im Video empfehlen, was ich da gesagt habe. Dass ihr... Also diese fünf Dinge. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns zu spezialisieren. Und jedes davon gibt halt irgendwelche Vor- und Nachteile. Und dann gibt es jeweils auch eine Domäne, die dazukommt. Oder eben nicht, die einfach nur ergänzt wird. Und da gibt es halt alle möglichen Vor- und Nachteile. Ich schaue mir einfach mal an, was wir nehmen. Dann... Denk mal, ich werde irgendwie in die Ingenieurskunst gehen. Da habe ich immer Bock drauf. Wollen wir mal gucken. Auch wenn ich die Olympionikin ganz cool finde. Also Olympische Spiele einfach stattfinden zu lassen. Also es ist schon sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Aber ist mir zu hart tatsächlich, weil ich die Diplomaten auch nicht so cool fand bisher. So ein bisschen Angst habe, dass das dann komplett untergeht. Wilde Jäger sind extrem stark. Gute Bogenschützen halt. Ja gut, Krieger ist halt so ein No-Brainer. Die Hügelbauer finde ich auch tatsächlich sehr cool. Die haben auch sehr interessante Fähigkeiten. Ich habe echt überlegt, die Hügelbauer oder Gottkönig Dunasti. Ich finde aber eigentlich ganz cool, diese Pyramide und so ein bisschen auf die Steingeschichten zu gehen. Einzig Problem, weil ich es natürlich dabei sehe. Wir haben jetzt natürlich einen Stein jetzt hier unten, einen Verleibwald. Wenn wir jetzt hier die integrieren für 25 Regierungspunkte. Aber wir haben halt den nächsten Stein natürlich erst hier. Dann haben wir zwei Steine. Potenziell natürlich zwischen den neutralen Städten noch ein bisschen was. Aber die müssen wir auch erstmal freischalten. Aber ja, ich denke, dass wir tatsächlich das nehmen, weil ich finde es einfach am lustigsten. Gottkönig Dynastie. Nehmen wir doch einfach mal. Und jetzt haben wir die neue Domäne freigeschaltet. Das ist die Ingenieurskunst. Dann können wir jetzt unsere Städte erweitern. Wir können Pioniere erstellen, die Außenposten herstellen können. Wir können mehr Verbesserungspunkte bekommen. Oder wir können zerstörte Städte wieder aufbauen. Was ich eigentlich eine ganz coole Geschichte finde. Wir haben beim Stammeswun noch nicht die letzte Stufe erreicht. Innovation ist eigentlich schon ziemlich wichtig. Wirkte sehr, sehr stark, dass man halt einfach besondere Fähigkeiten oder besondere Möglichkeiten bekommt. Aber auch, upsala, mein Gott. Aber das werden wir uns dann nachher noch werden. Oh, der Burschütz kann vielleicht noch überleben, wenn wir Glück haben. Du gehst mal nach hier oben. Kannst dir mal Essen angucken und sagen, hallo, wie geht's euch so? Ja, ihr müsst euch einfach auf, ähm, ach Gott. Ihr müsst einfach mal regenerieren. Wir könnten hier zu einem Anführer befördern. Ich würde sagen, wir würden dem einfach mal zum Anführer. Auch wenn ich nicht weiß, ob das schon nicht zufrieden ist. Aber die werden jetzt auf jeden Fall einfach mal einen Anführer haben. Bei dem werden wir einfach mal warten, was so passiert. Hat der, oder haben wir schon weitergedrückt? Ich bin schon ganz verhört. Ich glaube nicht. Das heißt, wir können hier einfach erstmal froh und munter weiterforschen. Und natürlich auch genau im neuen Zeitalter forschen. Es ist auch mal wichtig, bevor ich jetzt gleich den ersten Part mal beende. Für alle, die es noch nicht kennen. Wir haben jetzt hier drei verschiedene Zeitalter, wie wir sehen. Zeitalter der Helden. Zeitalter des Blutes und des Eisens. Und des Heldens. Da brauchen wir halt drei Naturwunder. Werden wir niemals schaffen, weil wir keinerlei Naturwunder leider gefunden haben. Was ich auch sehr, sehr, sehr ärgerlich finde. Also finde ich wirklich blöd. Also, solange nicht die KI irgendwas macht, steuern wir auf den Zeitalter des Eisens. Also zumindest von unserer Perspektive aus hin. Weil wir da nichts machen können. Oder getötete Einheiten anderer Nationen. Ich bin aber jetzt noch nicht bereit, irgendwie militärisch vorzugehen. Aber dafür gehen mir die Bebahnen zu sehr auf den Nerven. Ich wüsste nicht, wie ich da jetzt auf einmal was ganz anderes machen soll. Dann habt ihr natürlich, wie ihr seht, ganz viele neue Forschungen. Das ist ja der Klassiker. Eine neue Zeit, eine neue Forschung. Wir könnten jetzt auf Glaube gehen, um einfach ein bisschen Kulturwissen zu produzieren. Was natürlich ganz interessant für uns wäre. Und wir könnten hier zum Beispiel Gärungsgruben nehmen. Zwei Trauben in zwei Wein. Was ziemlich gut wäre. Deswegen würde ich wahrscheinlich auf Glaube auch gehen. Ich würde vielleicht sonst Disziplin ansehen. Weil wir haben eine höhere Armeegröße. Würde ich euch immer empfehlen. Oder Sperrkämpfe auch einfach upgraden. Ist auch schon ziemlich gut. Ich glaube für uns erstmal Glaube einfach von dem Prinzip, was wir jetzt benutzen, ist das ganz interessant. Hier ist so mehr diplomatische Geschichte, dass wir Gesandte nicht produzieren können. Und ja gut, das brauchen wir auch nachher noch, wenn wir wirklich unseren Gottkönig benutzen wollen. Müssen wir natürlich auf Steinbrüche gehen. Aber dass wir schon mal sehen können, was hier so ein neues Gipsschiffsbau ist, ist natürlich für uns komplett irrelevant. Wenn ihr euch mal anschaut, wo wir sind. Wir sind ja komplett landlocked. Von daher fällt das natürlich komplett raus. Jetzt kommt der Kriegsherr und greift uns an natürlich. Das ist klar. Wir haben auch übrigens die Möglichkeit. Ach Gott, das ist ja echt noch ein Barbar, ne? Wir haben auch die Möglichkeit, natürlich Handel zu treiben jetzt durch das neue Zeitalter. Das ist auch etwas, da kommen wir aber dazu, wenn es soweit ist. Das ist auch ein bisschen unscheinbar, ne? Wie immer, es ist, naja, manchmal ein bisschen schwierig. Was wir auch sagen, müssen wir nicht hier alles so durchpushen unbedingt. Weil wir müssen natürlich gucken, dass wir diese Region nicht für immer behalten, ne? Aber wir würden das hier auf jeden Fall schon machen wollen, wegen der Innovation. Ich weiß nicht genau, ob man beide machen muss. Ich hoffe nicht. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Das ist schon wieder zu lange her, um ehrlich zu sein. Nachdem ich diese Videos aufgenommen hatte und alles. Aber das werden wir dann noch zusammen sehen. Hier ist halt einfach nur Wald, ne? Das ist ja wirklich... Na gut, wir sind im Steilzeitalter, oder Bronzzeitalter, was beschwere ich mich? Das ist nun mal ganz normal, dass hier eigentlich nur Wald vorhanden ist. Nichts anderes. Weil der kriegst du halt gut auf die Mütze bekommen. Dann heißt, wir löschen den jetzt einfach mal aus. Und können dann hoffentlich danach noch relativ gestärkt zu dem blöden Barbarencamp gehen. Damit das auch mal zu Ende geht. Und, ja, Krisenzeitalter, das ist das, was ich eben meinte. Wenn ihr jetzt sechs Einheiten töten würdet, dann käme es halt zu diesem Krisenzeitalter. Da kann man auch kein anderes Zeitalter mehr erforschen. Also wir müssten dann auch das erforschen, wenn wir das getan haben. Finde ich eine sehr coole Mechanik. Dass ihr dann gezwungen... Oh mein Gott, was ist denn hier los? Dass ihr dann gezwungen seid, halt... Oh Gottes Willen. Dass ihr gezwungen seid, das auf jeden Fall zu benutzen. Benutzt übrigens nicht immer... Ich bin immer... Ich bin nur so ein Mensch, der denkt immer... Ja, hier, guck mal, das ist doch gut. Ich kann was drücken. Erfahrungslevel oder sonst irgendwas. Nee, nee, das ist einfach nur wieder zum Anführer machen. Mach das nicht, tut das nicht, ne? Weil ihr seht halt, Veteranenlevel ist einfach nur, ja, mehr, mehr Stärke. Ist ganz nett. Aber jetzt nichts, worüber man zu lange reden muss. Ich glaube, man sollte tatsächlich diesen Nahrungsvorrat früher bauen. Also gerade wenn, so wie wir jetzt gegangen sind. Wir haben viel zu wenig Nahrung. Ich werde jetzt auch dahingehend, dass wir 24 Hunden dauern, bringt uns halt auch nichts. Von daher ist das schon richtig eingestellt. Ich glaube, euch lasse ich erstmal nochmal heilen. Ach wohl, nee, komm, wir müssen da irgendwie hingehen. Wir müssen diese, dieses blöden Camps zerstören. Sonst wären wir hier niemals mehr glücklich. Also es kommt mir wirklich vor wie rasende Barbaren. Naja, aber ist ja auch egal. Wir werden das auf jeden Fall so weitermachen. Das ist eigentlich schon der erste Part durch. Wir haben erstmal kennengelernt, haben wir Forschung, die Kulturfähigkeiten, die Regierungspunkte. Und immer dran denken, hier unten links, das Symbol ist Verbesserung. Also ein Jagdlager zum Beispiel. Sollte ich auch gleich mal hier drauf bauen, damit wir hier nochmal einen Knochen kriegen. Zack, machen wir einmal. Während hier schon mein Handy mich nervt. Und das können wir noch schnell bauen, bevor ich das nachher vergesse. Dann haben wir hier schön einmal ein Fleisch und einen Knochen. Auch das sehr, sehr stark. Ihr seht das. Müsste man, also jetzt meine Empfehlung jetzt schon nach dem Part. Das sollte man am Anfang bauen. Weil guck mal, das sind zwei Gold und drei Nahrungen, die er bekommt. Das ist schon sehr, sehr stark, muss man einfach sagen. Wir müssen jetzt auch unser Regionslevel erhöhen, um halt auch nachher mehr Bevölkerung tragen zu können. Oder im guten Sinne tragen zu können. Dieses Rote bedeutet nämlich, dass wir hier so Bedürfnisse nicht erfüllt haben. Aber wir müssten jetzt Nexo und sich aktualisieren. Das ist dann wieder. Guck mal. Guck mal, bevor ich den Partys für Ende mache und ich von Tausendbewahren angegriffen werde. Ja, ist okay. Danke, mein Bogenschütz ist gestorben. Müsste jetzt wieder, äh, wo ist es? Ne, ist noch immer rot. Das ist noch immer sehr langsam. 13, äh, 14 Runden leider. Weil es Regionslevel, glaube ich, das nicht ganz so zulässt. Da müssen wir mal schauen, was das erhöhen. Damit das Ganze etwas flotter geht. 3 von 10 ist natürlich echt lächerlich, ne? Naja, egal. Gut, dann sehen wir uns dann beim nächsten Part. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt schon meinen ersten Eindruck bekommen und könnt mir ja schon mal einen Kommentar da lassen, was ihr so cool fandet, was nicht. Und was euch interessiert oder wo ihr sagt, na, hm, ich wacht lieber nochmal ein bisschen. Ich persönlich habe die Prima-Mütchen geholt, weil, keine Ahnung, ich freue mich halt darauf, ein neues Spiel zu spielen, was bis Sift-like ist, mich da ein bisschen reinzusteigern. Gerade auch die höheren Schwierigkeitsstufen wieder anzugehen. Na, egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020